Dominik Drexler, 5 zu 0 gegen MSV Duisburg, also das hat man jetzt nicht erwartet, wie hast du es erlebt? Ja, ich denke wir haben uns heute ein bisschen belohnt für ein gutes Spiel, was wir auch schon davor die Wochen ab und zu dominiert haben, das Spiel nicht über die Zeit gebracht haben, ob das Union oder Aue war. Ich glaube wir haben heute wieder gezeigt, dass wir auch konzentriert hinten stehen können und ja, das Erfolgserlebnis tut uns heute gut und ich glaube es war wichtig, dass die 0 wieder hinten stand, denn da sieht man mal, hinten raus müssen die Gegner aufbauen, und dann haben wir unsere Qualität vor und halt auch den Sack zuzumachen. Es gibt so ein kleines Gesetz, 40 Punkte reichen zum Klassenerhalt, Kiel freut sich auf noch eine Saison 2 der Liga. Ja, also ich glaube zu früh sollten wir jetzt nicht feiern, wir haben jetzt die 40 Punkte geknackt und ja, schauen wir was jetzt auch drin ist in der Saison. Wir sollten glaube ich uns nicht auf irgendwelche Statistiken berufen, das haben wir die letzten Wochen zu oft gehört und ja, wir schauen einfach, dass wir jetzt nächste Spiel wieder gewinnen und dann mal Punkte für Punkte weiter sammeln. Herzlichen Glückwunsch, Dominik Drexler. Danke schön. Puh, David Kinzomi, 5 zu 0 gegen MSV, dein Tor war der Auftakt zu einem richtigen Festival, wie hast du es erlebt? Ja, also ich muss erst mal ein Kompliment an die Mannschaft aussprechen. Wir haben in den letzten Wochen viel gearbeitet, sehr akribisch gearbeitet und versucht uns in allen Bereichen das zu verbessern und es ist Gott sei Dank heute auch ein positives Ergebnis für uns umgeschlagen. Sicherlich nochmal ein richtiger Schub jetzt für die Restsaison. Ja, definitiv. Ich danke, so ein deutlicher Sieg, wo du auch sehr gut spielst und eigentlich alles Umsatz, was du dir vorgenommen hast, tut den Köpfen gut und ich denke, wir können jetzt mal positiv in den nächsten Wochen starten. Herzlichen Glückwunsch, David. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.